Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kaccha. Hallo! Und schau mal Kaccha, wir spielen heute eine Runde... Murder Mystery! Ich bin unschuldig. Und ich hab schon ein Gold. Oh, hallo Kaccha. Da wurde jemand weggeschnetzt. Ja. Von hier? Nö, nö. Kaccha, okay. Oh, ich hab schon viel Gold. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Ding ist halt, ich war es halt wirklich nicht. Oh, hier werden so viele gerade weggeschnetzt. Oh, wo schnetzt du, Leute? Nein, 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 ich bin unschuldig. Jetzt sehe ich sie. Hier, er ist draußen, er geht nach draußen. Ja, 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 ja. Ich wurde weggeschnetzt. Was? Du bist es wirklich nicht? Nein, ich bin unschuldig. Unschuldig. Auch nicht, ich will nicht unschuldig sein. Oh, sind welche runtergefallen schon? Ja. Ich glaube schon. Okay, ich bin hier oben. Hier kann man nämlich relativ gut Gold aufsammeln. Okay, hier sind noch zwei weitere. Ich hab zwei Gold insgesamt. Oh, hier ist noch mehr Gold. Da wurde schon jemand weggeschnetzt. Ich hab auch zwei Gold. Na, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Ich hab noch, ich brauch noch ein Gold. Dann wo bist du denn eigentlich? Äh, ich bin gerade unten insgesamt. Ja, dann komm mal in die Mitte hinten hier im Moment. Warte, 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 warte. Oh, da bist du. Ja, warte, warte, warte. Da, warte. Ja, ja, ja. Ich versuche ihn mehr zu schnetzen, okay? Schnetze ihn weg. Und... Nein, das war nicht. Katja. Wie viel Gold hast du? Ich hab acht, jetzt hab ich neun. Der ist es halt wirklich, der ist es wirklich, wirklich, wirklich. Warte, warte, der ist da lange laufen. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ich bin hinter ihm, ich bin hinter ihm. Oh, du bist hinter ihm, sehr gut. Ja, ich beobachte ihn gerade. Er kommt zu mir, er kommt zu mir. Der ist wieder weg. Ja, ich weiß nicht, ob er der Mörder ist. Er ist, vertrau mir mal, hundertprozentig. Hier liegt auch jemand. Bitte vertrau mir, der kommt zu mir, bitte. Er hat mich weggeschnetzelt. Warum hast du ihn denn nicht weggeschnetzelt? Die wissen nicht, ob er der Mörder ist. Er ist hier oben. Auf die Seite. Oh, er wurde weggeschnetzelt. Ich bin unschuldig. Es werden auf jeden Fall schon Leute weggeschnetzelt. Ich hoffe nicht von dir. Ja, ich bin hier der Mörder auf der Spur. Oh, warte mal, ich sag dir das nicht so. Vielleicht bist du sogar der Mörder. Aha. Hab ich, bei frischer Tat. Oh nein. Bist du ein Detektiv? Nee, aber ich bin auf den guten Spuren, mir den Bogen zu holen. Das ist ganz so gar nicht gut. Das ist ein Detektiv. Oh, ich hab ihn sogar. Nein, 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 nein. Er sammelt den Bogen auf, er sammelt den Bogen auf. Und. Oh, war das knapp. In der Luft getroffen, in der Luft getroffen. Und. Nein, 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 nein. Ich hab ihn. Oh, war das knapp. Oh, nee. Das war super, super knapp gerade, das ist der Nächste. Hab ich, sehr gut. Noch fünf Leute sind übrig. Katja, willst du dir den Bogen holen? Nö, ich hab schon einen Bogen. Oh, 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 oh. Nein. Sag doch nicht, dass ich mich getroffen habe. Tschüss, Elie. Nein, Katja. Hast du noch einen Schuss? Vielleicht. Wo bist du denn? Da bist du. Ich hab nichts. Drei Leute sind nur noch übrig. Der Bogen wurde auch aufgesammelt. Oh, da vorne. Er wird jemand anderen begriffen. Oh mein Gott, bin ich da zu sehen. Ja, noch einer ist übrig. Noch ein einziges. Das ist der Letzte, das ist der Letzte. Oh, der Letzte. Hat der einen Bogen? Den hast du doch. Weggeschnitzel? Ich hab ihn. Sehr nice. Oh, nö. Das ist doch fies von dir. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Okay. Ich sammle hier auf jeden Fall... Oh, einiges an Gold. Das Gold wurde mir von der Nase weggeschnappt insgesamt. Ich brauche unbedingt einen kleinen Bogen. Vielleicht bist du auch Detektiv. Oh. Äh. Das tut mir leid, Katz. Du warst direkt bei dem Ersten, den ich weggeschnetzelt habe. Was ist denn da los? Oh, nö. Uns tut mir leid. Ich wollte nur die Treppe hoch. Was ist das denn? Oh, nein. Oh, Mann. Ich hab die so schnell weggeschnetzelt. Da ist noch jemand. Wow. Der Detektiv wollte gerade den weggeschnetzeln, glaube ich. Was ist denn da los? Okay, den hab ich. Hier ist auch einer. Guten Tag. Der wird auch weggeschnetzelt. Noch vier. Leute sind übrig. Da vorne läuft einer. Krieg ich den? Krieg ich den? Ich hab keinen von beiden bekommen. Oh, was ist das los? Den hab ich. Läuft der hier außen rum? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, der ist da vorne weitergelaufen. Aber einer ist jetzt wieder Detektiv, ne? Das stimmt. Den hab ich. Okay, ist noch ein Einzelner übrig insgesamt. Und der andere hat den Bogen aufgesammelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Letzte ist. Ich wurde weggeschnetzelt vom Letzten. Oh, nein. Wie kann das nur sein? Der war hier vorne. Das ist richtig, glaube ich, so ein Fies. Ich bin unschuldet. Oh, ich bin auch mal wieder unschuldig. Hallo. Ich bleib bei dir. Obwohl, ich glaube, ich bleib nicht bei dir. Ich glaube, du bist ein mieser, fieser Mörder. Wenn du jetzt nicht bei mir sein möchtest, dann weiß ich, wer als nächstes jetzt direkt hier schon jemanden wegschnetzt. Du schnetzest jemanden weg. Öh. Ne, ich auch nicht. Ich geh mal nach oben. Bist du oben? Nö. Bin unten. Hab drei Gold. Bin gerade runtergesprungen. Ich hab auch ein Gold gerade. Bis jetzt wurde noch... Oh, wurde schon jemand wegschnetzt? Ich glaube noch nicht. Ne, 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 ne. Ich glaube, ich sammle mal hier in der obersten Etage noch ein bisschen Gold. Ich weiß gerade nicht, wo du bist insgesamt. Oh, hier ist doch Gold. Ich bin unten. Ich sammle auch Gold. Okay, sehr gut. Es könnte echt sein, dass du der Mörder bist. Ja, aber ich hab doch die ganze Zeit mit jemanden weggeschnetzelt. Nicht von mir. Ja, ja, ja. Ich war oben die ganze Zeit. Ich guck oben, ob du da jemanden weggeschnetzelt hast. Ich hab keinen oben weggeschnetzelt. Ja, 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 ja. Wirklich nicht. Wenn da oben jetzt jemand liegt, dann weiß ich, wen ich als erstes hier treffen möchte. Nein. Also ich bin zu 100% unschuldig. Da liegt jemand. Ja, ach. Ja, nicht von mir. Ja, 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 ja. Wirklich nicht. Da liegt auch noch jemand. Nicht von mir. Ich war das nicht. Du bist es. Nein. Ich bin zu 100% nicht. Jetzt muss ich leider nur noch irgendwie Gold finden. Das ist mein Problem. Ich bin zu 100% nicht. Ah, ja, ja. Da war doch einer weggeschnetzelt. Du bist ein schlechter Lügner, wenn man dich sieht dabei. Du hast mich nicht dabei gesehen. Doch, unten in der Garage. Natürlich hab ich dich dabei gesehen. Du bist es. Nein. Ich bin es nicht. Gotcha. Bin ich der Detektivfreund? Ach, der Detektiv, natürlich. Da oben. Nein. Was ist denn hier los? Moment, du warst es auch nicht. Ich war unschuldig. Ich dachte, du wärst der Mörder. Oh mein Gott, ich bin es nicht. Hab ich dich getroffen? Ich bin ja. Wir waren beide unschuldig. Ja. Ich dachte, wir haben verloren. Der Mörder hat gewonnen. Ich dachte, du wärst der Mörder gewesen. Du willst mich wegschnetzen. Ich bin unschuldig. Ja, ja. Da hat das M schon angefangen zu zögern. Nein. Oh, hallo. Ja, nee. Geh bitte. Also, ich bin wirklich unschuldig gerade. Ich sammle jetzt ein bisschen Gold insgesamt. Der im Grün. Der im Grün. Ja, ja. Oben im Grün. Epic Star. Nein, ich bin es wirklich nicht. Ja, ja. Oh, der Detektiv wurde weggeschnetzelt. Ich bin wirklich nicht der Mörder insgesamt. Gar kein Problem. Ich bin es wirklich nicht. Ja, ja, natürlich. Zu 100% bin ich es nicht. Ich hätte dich fast treffen können. Natürlich. Ich hab's gesehen. Das war so, so knapp insgesamt. Sechs Leute sind auf jeden Fall noch übrig. Ist hier noch jemand? Nee, hier sehe ich keinen. Ist hier draußen noch jemand? Oh, nee, 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 nee. Da ist jemand. Sehr gut. Den hab ich. Ist hier jemand? Hallöchen. Nee, hier ist keiner. Vielleicht sind oben noch welche. Fünf Leute sind auf jeden Fall noch übrig. Da ist noch einer. Den habe ich. Hier ist auch keiner. Noch vier Leute. Vielleicht hat sich hier oben noch jemand versteckt insgesamt. Hier ist noch jemand. Hab ich. Hier ist auch noch jemand mit einem Bogen. Hab ich auch. Okay, zwei Leute sind noch übrig insgesamt. Vielleicht sind die auch hier unten. Vielleicht hat sich ja einer hier in den Bildern versteckt. Hallöchen. Aber... Oh, tatsächlich. Hier ist er. Stillbleiben. Nee, ich hab den nicht getroffen. Ja, ich hab ihn. Noch eine einzelne Person ist übrig. Vielleicht ist der letzte auch hier oben drin. Und... Nee, der ist auf jeden Fall nicht hier oben drin. Okay, die letzte Person ist hier unten draußen. Die hat sich hier versteckt. Noch 30 Sekunden, noch 20 Sekunden. Und... Oh. Ja, ich hab gewonnen. Sehr gut. Ich bin Detektivfreund Epic. Und wir spielen hier meine Lieblingsmap. Oh, sehr gut. Ich bin unschuldig. Okay, ich weiß ganz genau, wo ich hingehe. Nämlich ganz hier oben hin. Bitte die Falle nicht auslösen. Sehr gut. Du gehst nach oben. Ich geh nach unten. Das ist auch gut. Ich bin hier oben und hab alles im Blick. Okay, ich hoffe, ich werde dich hier sofort weggeschnetzelt vom Mörder. Oh, wenn du ein Detektivfreund bist, dann helfe ich dir. Warte, ich komm mal nach oben. Okay, aber hier oben ist schon mal keiner der Mörder. Also hier wurde keiner weggeschnetzelt. Zeig mir mal deinen Bogen. Hallo, hier ist der Bogen. Tatsächlich. Oh. Warum? Ich hab fast die Unschuldige weggeschnetzelt. Ja, das bin ich. Oh nein. Ich bin die Unschuldige. Es tut mir leid. Katja, soll ich zu dir kommen? Der ist auf jeden Fall unten, glaube ich, der Mörder. Ich geh mal gucken, okay? Ja. Ich hab einen Bogen. Das weiß. Sehr gut. Bist du ganz, ganz unten? Nee, aber es kann sein, dass er gerade nach oben... Ich bin runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Och nö. Katja. Och nö. Das ist doch ungerecht. Was ist denn da los? Okay. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, wer hier der Mörder ist insgesamt. Oh, oh. Es ist, glaube ich, noch gerade einer runtergefallen. Sieben Leute sind auch übrig. Die Falle wurde ausgelöst. Das heißt, ich kann gleich einfach rüberlaufen. Perfekt. Bitte rüberlaufen. Der Mörder ist runtergeblumpt. Hä? Die Falle wurde einfach ausgelöst. Was? Was ist denn da los? Sehr gut. Oh, wer war das? So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schreibt bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.